Hallo und herzlich Willkommen zu Bellas erster Mal- und Bastelstunde. Heute habe ich was ganz besonderes vor und zwar soll das eine Überraschung werden für meinen Schatzi. Er liegt mit gebrochen bei einem Krankenhaus für die Besserung. Ich hoffe dir geht's gut und das Essen schmeckt einigermaßen. Man kennt das ja von Krankenhäusern. Es ist eine freie Zeit und werde ein kleines Gemälde auf die Wand pinseln. Mal sehen was das wird. Viel Spaß und tschüss. Wir zusammen zu erreichen unsere Träume, unsere Tränen, unsere Seele, unser Ding. Das ist für euch und wie wir immer mit uns kämpfen. Das ist für euch, die durch die Hölle gehen. Das ist für euch und wie immer mit uns kämpfen. Das ist für euch und wie immer mit uns kämpfen. Unsere Tränen, unsere Tränen, unser Ding. Das ist für euch und wie immer mit uns kämpfen. Hey, wo, 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 unser Blut, wie ein Lager, wo Bünder fliegt, unser Weg, die Teufel im Gefecht, unser Leben, für eine Hose, die aufgibt, unsere Bäume, unsere Tränen, unsere Seele, unser Lied, das ist für euch. Wir gehen hier mit uns kämpfen, das ist für euch, die durch die Hölle gehen, das ist für euch. Wir gehen hier mit uns kämpfen, unser Feuer, unsere Tränen, unsere Seele, unser Lied, das ist für euch. Wo, 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 hey, wo, 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 das ist für euch. Für die, die immer mit uns kämpfen, das ist für euch, die durch die Hölle gehen, das ist für euch. Wenn keiner mehr zu uns sind. Unsere Träume, unsere Tränen, unsere Seele, unser Lied. Ciao, ciao. Fertig. Das ist für euch. Das ist George 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 Das ist George